um okay das ist natürlich gar nicht danach warten das Wort das ist so gut so was gibt es hier kurz um das will ich aber gar nicht weil ich da nicht zielen kann gut dann weiß ich das rechts auch mal was das können das ist gut und endlich ich verstehe die Welt nicht mehr wo muss ich denn hin muss da hoch gut jetzt muss ich da rüber ach so ah ok alles gut ich wusste immer gut damit er aufbauen kann so läuft Es könnte ein hapless Decoy sein, und er hat eine Tension, während er aus der Stadt fließt. Ich wusste, dass wenn ich es aus der da in einem Schrauben würde, niemand würde einen Preis auf meine Hände legen. Weil alle in Lincoln wären sterben? Nein. Weil sie alle glaubten, dass ich Billy wäre. Und all das Blame würde auf ihn fallen. Was ist das? Was ist das? Wo kann er da nichts explodieren? Ich geh da nur umgehen zu nah ran. Also man zieht die Gegner auf jeden Fall sehr schlecht, muss ich sagen. Komm ich jedenfalls vor. Vielleicht bin ich nochmal nur scheiße. Oder man zieht die Gegner echt richtig schlecht. Okay, erst denken, dann reden. Oh ne, nein. Da. Nein! Alles gut, alles gut. Das war's. Auch genug Muls. Wenn ich jetzt, muss ich noch kurz nachgucken. Ob ich da noch beide Schüsse verlieren, das hat beide rausgetan. 2 0 Reihen und nicht nur eine raus. 1 0 Reihen. 1 0 Reihen. Warum ich da noch wirklich alles verlieren. Oder halt auch die Kugelfliege, die noch drin war. 1 0 Reihen. 2 0 Reihen. 2 0 Reihen. 2 0 Reihen. 3 0 Reihen. 3 0 Reihen. Oh mein Gott, was war's. zu gut das geht ja noch also man muss auf jeden Fall wie man in dem Spiel er geht ihr mal auf das steht von der Gitarre der Bülschen die genaue Bauer und die Bülentigen Kiel war Das ist sicher, er hat ihn verabschiedet, nachdem er schritten bei der Deput. Nein, Herr, denn Bob kam sofort hinter mir, Angst als die Hölle, die Billy hat sich verletzt. Hallo, Bob. Ich sagte, ich denke, du besser ich mich überlassen. Und er sagte, ich denke nicht so, Junge. Nicht mit meinem Schotgen. Wir stehen da, in der Mitte der Straße, Eibalds a Eibald. Er wollte mich töten, Und ich wusste, dass ich keine Chance hatte, als zu retten. Schade. Okay, noch versuchen, aus Glück. Ja, aber das ist gar nicht so leicht, das alles gleichzeitig zu machen. Ich habe ihn in einem gewissen Kampf gemacht. Ich habe ihn in einem gewissen Kampf gemacht. Jeder hat gesehen, dass ich keine Chance hatte. Also, Lincoln hat eine Mite gepopulatet. Das war ein paar Monate später. Also, wo gehst du nach Lincoln? In Mexiko. Bis ich wusste, dass niemand für mich war. Ich habe einen Job bei den Ruralis. Die Ruralis Mexikanischen Ruralis? Ich habe einen Job bei ihnen verabschieden, die Cowboys verabschieden. Die größte Ausgabe in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Ich bin von meinem alten Mann mit meinen eigenen Mann mit seinem selbst. Ich bin von ihm sein Auto inskontakt. Ich muss dir einen kleinen Objekt reichen. Ich habe ihn auf ganzes Wissen gekauft. Bei mir habe ich über das Geheimnis gegeben. ich hatte mir eine eigene Reaktion für die Kinder nachzufallen. Ich hatte meine eigenen Reaktionen für ihn nach und nach diesen Jungs. Das sind wir vorhin. So was the bastard you were after now, riding with the Cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. There is already someone here. Oh, that's mine. Ich kam auf sie, um einen Stadioncoach zu robben. Das war nicht so überraschend, weil sie so mordere Schäuze und Basterds. Die Bandits haben Schäuze rüchte, also ich wusste, dass sie für den alten Mann. Da! Da! Ich habe einen Schäuze, der ist oben. Ich habe mir das Schäuze, um die Schäuze zu helfen. Ich glaube, es war das nicht so, dass der Ausgabe ist. Und ich habe den Städte, um zu sehen, wie viele Passengerinnen immer wieder zu spüren. Ähm... Nichts.